Und Jesus wanderte durch Städte und Dörfer und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die zwölf Jünger begleiteten ihn und außerdem einige Frauen, die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte. Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes, und Susanna. Untertitelung des ZDF, 2020